Das war ein ding und Möglichkeit, dass er jetzt seine Füße bekommt ... Nein, nein, mijn live ist nicht live. Ist live. Er ist live. Aber ... Ich wünsche, jetzt muss man auch was zu sagen. Ich hab einfach 50-50 machen gemacht. Wieso, ich hab dich nicht mehr akustisch gestalten ... Seit wann bist du live? Seit jetzt gerade eben. Ne, weil jetzt dürfen wir nicht mehr Namen droppen oder so. Weil er es strebt. Welche Namen? Wie heißt du? Ich? Ich bin Pickel. Na, ich bin jetzt einfach. einfach so mit richtigen Namen, ich heiße P.K. Ich mein jetzt, äh, den Spümling. What the fuck? Ne, Klaas, Fick, Klaas, gib mir den eine Pfutze, wenn du ihn nicht haben willst. Ich muss ihn zurückgeholt werden. Wir müssen noch was machen. Scheint als O.W.S. wieder irgendwelche Einstellung umgenutert hat, für ich gerade merke. Er ist auf der rechten. Aufzuschießen, aufzuschießen. Ne, das ist ja normal. Also, P.K, ich hab gerade ne gute Zeit. Aber ist weg. Wahrscheinlich ist er weggekrochen. Okay. Ich bin schon im Aufnahme. Digga, wer ist denn Sledge? Äh, das hab ich. Ne, ist Sledge. Ah, nice. Der hat mich so down geschossen. Und ist das wieder sein Tryhard? Alter, die können mich mal am Arsch lecken. Die sind am Arsch der Welt und ey, alles ab. Niklas, wenn du reingehst, links. Ist der Jäger. Wobei, wer ist denn rechts von dir gerade? Niklas nicht. Ich? Achso. Rein, rein links. Er ist auch jemand. Er ist nach rechts gegangen. Ne, das ist der Jäger. Achso. Äh, warte, du wolltest nicht kommen? Zu vier, geh zur Tür dahinter. Geh zur Tür dahinter. Von der anderen Seite. Wallbank. Wallbank da durch. Kopieren. Ich hab jetzt keine Ahnung, ob es alles flüssig läuft. Das war nicht so, wie es mir vorgestellt hat. Aber du hast ihn. Ne. Da. Da kommt jemand. Da ist an der Tür. So geil. Einfach warten. Der kommt selber. Du weißt, wie wir uns spielt haben. Ne. Ist über dir. Jetzt mal gucken, ob der flüssig läuft. Warte, ich nicht flüssig glaube ich. Einer ist über dir, Balcony. Der andere ist ultra niedrig, what the fuck. Ah. Der Tänz ist ja ultra niedrig. Heißt das, äh, wie soll ich sagen, wenn du jetzt was sagst, kommt es innerhalb von einer Sekunde an. Echt? Ja. Drei und so sind schon gut. Bei mir hat es immer so 10 bis 15 Sekunden gedauert. Hast du die Funktionen, dass du, wenn du eine Drohne schmeißt, Incent reingehst, oder musst du dann noch fünf drücken? Äh, dass ich, äh, dass ich, ich guck einfach Incent auf der Drohne. Schmeiß mal rein. Kurz nach links. Schauen links am Daumen. Ja, die Gammeln an sie sind sehr erst. Dreh die Cam um und hol den in die Füße. Lass die Cam so an sie erst. Ja. Lass, 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 lass das. Bei wem ist der Alarm an? Da jetzt ab. Bei wem ist der Alarm, Alter. 20 Sekunden. Wo ist die Bombe noch mal? Oben? Alles gut sein. Atom, die haben nicht gesehen. Boah, scheiße. Ja. Push nicht einfach, scheiß drauf, ZKD. Oder? Safe nicht, KD. Ah, Digga. Das kannst du eh nichts mehr machen. Ja. Ich, 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 ich interessier mich nicht auf die KD. Ich interessier mich nicht auf Rang. Ist mir scheiß egal, was da passiert. What the fuck? Draußen geht einfach der Alarm los von irgendeinem Auto. Hast du das gehört, gell? Wie laut. Ja. Da geht auch noch die Kirche los, Alter. Ich wohne ja direkt hinter der Kirche. Alter. Was geht? Ich dachte, das ist kein Feuerlamm. Ne, ne, ne. Das ist wirklich irgendein Auto. Der Feuerlamm ist ja viel laut. Digga, ich hab, ich hab's gehört zu diesen. Ja, auch nicht. Dann willst du noch mal hören? Ja, René, du bist auch live. Hä? Ich geh noch live. Die halbe Welt geht bei uns unter. Ja, wir hören Leute auch. Hört sich das an zu, wenn die USA so eine Atombombe jetzt legt. Ja, sie ziemlich. Die schmeißen sie nicht ab, die liegen sich. Ja, die liegen, weißt du. Die sind sehr vorsichtig mit ihren Waffen. Ja, natürlich aber auch nicht so viel Geld. USA gibt ein Viertel ihres Geldes so viel aus. Der Staat. Ein Viertel. Ihr müsst euch mal vorstellen, wie viel das ist. Ja, US-Dollar ist wirklich viel. Für was? Für die Amerikaner? Sie geben ein Viertel das ganze Kapital des Staates fürs Militär aus. Ein Viertel. Als USA hat die größten Militäranlagen auf der ganzen Welt, könntet man schon fast sagen. Wenn nicht sogar überhaupt die größten. Aber ich bin ja auch spezialisiert jetzt auf Waffen. Lesion Dining, könntest du auch noch die Waffen transplizieren. Leute, Lesion Dining. Das könnte sein, dass ich von unten nach oben spiele. Warum euch lehnt ihr, du Füßer? Alter. Oh ja, ich... Hier, scheißegal, weg damit. Weg du scheiß Kamera. Kamerad. Kamerad. Ach, René. Ich hab keine ungerade Zahlen mehr. Du immer noch. Ja, egal. Unten oder unten gewesen? Ich hab ihn schon getötet. Ja. Wie gesagt, dein Ding war... Digger, du Wichser, Alter. Uff, nice. Wie die schon einfach alles spawnpinken. ja genau der jäger der jäger ist tot da ist ein älter da mit mobilen schild niklas komm mit ich darf nicht durch wie du darfst du nicht durch jetzt darf ich durch ich hab doch eigentlich den mobilen schild ihr kaputt gemacht ich mache ein loch am boden dass wir von uns nach oben stehen kann lesen kann man auf den stars aber es müsste reichen ich bin hinter euch okay also hinter dem fack ich hab's verkackt bei der web wurden die ganze rausgedrungen hat fast keine gesteckt hat was auf unten ist was gehört ja an der treppe hat die kamera kaputt gemacht ich glaube ich habe da jemand gesehen aber ich weiß jetzt nicht wer was ist einer von euch da da hat es ein Blattroom ja ein Blattroom da ist ein Blattroom Ist jetzt in A Blend Alles klar Wie schnell kam der jetzt hin? Ist er einfach durchgelaufen oder was? Naja, er ist eher wie ein Bot vorangelaufen Wenn er jetzt so die ganze Zeit vorangelaufen ist Dann hätte es nicht sein können, dass er es geschafft hat in der Zeit Was schreibt man doch eigentlich mit W-A-R Und dann dieses Häkchen oben und dann S Oder im Deutschen, ich bin mir da gar nicht mal sicher Oder schreibt man das Was wie Wars in Englisch Ich nehme diesmal keinen Term, ich habe keinen Bock drauf Eigentlich ist das W-W-A-R-E-S Also mit einem Strich Schon mit einem Strich, ja Das macht doch keiner, aber das kann es machen Ja, aber Ey, nicht den Fieser picken Ach man Ich kann ja schon wieder Ich habe echt den letzten Terminal genommen Glück gehabt Schade Ich habe den Fieser genommen und nicht mehr liegen lassen Ja, ich dachte mir so, nö Heute nicht Heute nicht Ich habe den Fieser genommen Aber Leute, ich habe das auch Es hat trotzdem ein Hard Preacher in der Fieser bekommen Denkt lieber nach Nein, ich denke nicht darüber nach Danke Ich kann da ja nicht, ich kann da ja nicht denken Haushalt der Schule denke ich nicht nach Nein Kann ich zwei Tage gleichzeitig machen Denken und spielen geht nicht Ich kann ja auch sagen Warum bin ich Ich bin nicht cool, die Tasting-Fage Da ist sogar was dran Die schießen alle das Magazin vor daneben Wie lief der Wirtschafts-Test? Nachher ne, schon gelesen? Ja Was ist das? Wie lief der Wirtschafts-Test? Ah, da lief eigentlich ziemlich gut Ich weiß nicht, ich will Entschuldigung War es einfach für dich? Ja, für mich ist es einfach, weil Das ist eigentlich nur logisch Nachdenken, am Ende Logisches Nachdenken? Kann ich nicht Logisch Nachdenken ist einfach Nur das komplexe Nachdenken ist für mich Ich will das hier nicht in Mathe so scheiße Mathe ist nicht komplexes Nachdenken Mathe Mathe ist Schrott bei mir Ja Rein da, rein da Hei die Ella Zack, 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 zack Claimer hinten Aua Zack, 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 zack Hä? Na, Ella ist Da kommt die Ella, indem ich ihn... Ja, hab die Ella, hab die Ella, hab die Ella Hab zwei getötet Oh mein Gott, mein Gott Ey, Digger, ich hab fünfmal Escape gedrückt Was passiert? Ich komm ins Menü anstatt aus der Cam zu gehen Es macht keinen Sinn Schaut euch an Ich bin nicht aus dem Menü gekommen Ey, das Game kann mich... Ich brähe zum Kotzen Warum geht ihr das? In der Sekunde kommt mir Lucy Das reicht nicht Ubisoft schmeißt mich, wenn ich aus der Cam gehe, ins Menü rein Dass ich schön nichts machen kann Und jetzt kommt bei jedem Fragen, warum siehst du das denn sonst? Digga, leck mich doch am Arsch Betrug, sagt man Oh nein, Gott, man hat den Betrug So wie ein Shellshock, Betrug Betrug Bündchen, hast du Shellshock? Ja Was ist? Hast du Shellshock? Hm, nee Schade Das sind nicht mit dem Shellshocken Ich wollte ja das Game mal holen, aber... Sieht nicht so interessant aus, um ehrlich zu sein Ist es aber Mach schon echt Spaß Es ist auch Betrug Es ist auch Betrug Es ist auch Betrug Vor allem, wenn man den Ballenmodus spielt und PK auf Eigentum macht Oder, nee, einer von den beiden Nee, nee, nee Ja, wenn du in PK Wenn nee, wenn nee war's Wenn nee war's Ja, PK, du auch Nein, du Und PK ist auch Die beide manchmal, die beide Nicht manchmal Ich werde lieber Atom-Mob-Mob, Leute Aber PK ist was Die Reaktion von PK war viel, viel besser Sag ich mal so Die Reaktion von PK war viel, viel besser Dennis, weißt du das doppelte Tor? Ah ja, ja, ja Das ist das doppelte Tor? Das war doch ein geiles Tor Wer geht an das Mirafenster? Ey Zu hier Frostwrap weg Digga Scheiß drauf Hallo Kaputt machen das denn Oh ja, richtig schön Ja 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 Schlägen Ja Ja Okay Ja 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 Ich hab kaputt Oh 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 Gefickt worden Oh Die, die kriegen mich The fuck Niklas weg Ach Digger Wie die mich einfach so gekriegt haben Ich krieg die nicht, aber die kriegen mich Nein Die ist offen Alter Die pieks Die pieks Die pieks, Alter, genau Weißt du Die pieks Die pieks Die haben so irgendeine chestnade gekriegt Wattung Die gehen Richtung Bach Rene, du musst das safen Rene, du musst das safen Da ist einer, da ist einer, ja Ander, da ist einer Ja, ich weiß Rene, du musst das da hinten safen, ne Im HW Ja, ich bin in der 90 drin Jetzt geht der zur andere Richtung Zu dieser Richtung Scheiße, hat mich nicht bekommen Hat mich nicht bekommen Hat mich nicht ich meinte ja bei mir nicht mehr meistens betrug der eine live stream der war gut von ich habe das einmal geholt aber habe denke ich nur eine stunde oder so gezockt weil ich hatte keine mail zum b ich habe das game halten hier hast du mir jetzt jetzt hast du mir jetzt ja nein was man zu ja klar und killer zur verfügung am anfang und wenn es sehr viel spaß macht kannst du jetzt kaufen und auch wenn sie geben kosten 3 euro ich sehe es ich kriege immer nach ich habe vor allem wenn man wir können ja nächstes mal ein custom game wenn ich dann wird ein schreien für ein volk und aussteigen darf gerne egal im menschen schrei von uns ist ein follower oder der nation zwar bei mir ist es beim nächsten schreien von aus und ich stelle es mir so vor und pro donation auf 50 euro schreibe ich betrug als hier ist offen das ist ja ich immer mal rausschneiden machen einfach jemand jemand von folgt betrug ich spielte mal beim folgen im menschen spielst du spielst ein horror game und auf einmal schreie ich dann noch mal bass bussen richtig laut wird dann geht es ab bei herrgames sind donation und somit am 990 ja das problem ist ich habe noch keine donation aktiviert weil ich das für hau wir hören Aber Follow schon, oder? Reds, 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 Reds Follows ist automatisch aktiviert Nur Abos sind nicht aktiviert Das ist bei B Ja, das ist bei B Ja, genau da Ist tot Hä, das war ein Headshot? Warte, das war ein Headshot? Warte, warte, warte Ja, die Ash ist noch da Ich wurde gewollt, eng Es kommt Piecher mit dem Ach, weißt du warum? Er hat auf mich geschossen Die Gegner haben eine Bombe Es kommt Piecher mit dem Ja, je Komm, Steffierwurf Warum habe ich eigentlich dauerhaft diesen verschissenen Kabelunschlussling jetzt da oben? Was soll das? Wo ist jetzt schon wieder los, Spieler? Kann ich dir nicht sagen Komm Meister sagt der Gegner Die Gegner haben einen Entschärfer neben einer Bombe platziert Das zerstört ihn Entschärfer lokalisiert Sofern Sie haben die Erinnerung Ah, das ist ein Meister Merkst du selber? Ja Oh Ja Schade Kommt jetzt mit Bedroh Ich schwöre dir, ich schneide es ja bald noch raus Wenn ich mit dem Klebschen noch habe Aber habe ich nicht mehr Du hast doch bei mir, oder? Nee, doch Ich hab noch Ich hab noch Ich hab noch Ich hab noch Warum die OMP ein sehr schlechtes in Batman-Game ist Also ich hab reingefallert und ich höre nichts Ich bin in Feucht Dauert man schon ein bisschen Höhere Feierrat Höhere Damage Und die Bahner wäre tot Du schießt als erstes und wirst bestraft, Alter Aber wenn es höhere Feierrate hat, hat es auch höheren Recoil Nee, muss nicht sein Mach Tippi das grad nicht Höhere Feierrate heißt wie das so L-Waffe Nee, ein Scheißdreck Das hat nichts mit der Feierrate zu tun Aber du sagst Aber du sagst ja mit so Höhe Schaden und Höhe Feierrate wäre die Bahner tot Alter, was? Wie? Hast du das auch mal gesagt? Ja, äh, Dings Ja, warte, ich hör Jetzt in ner Runde wär sie tot Ich hab nicht gehört Ich hab nicht gehört Den Nation-Sounds Ich hab, äh, den Follow-Sounds Den hab ich nicht gehört Schau mal Die Waffe macht 38 Damage auf ne Feuerrat von 600 Bist du da drunter? Das ist scheiße Naja, ich bin drin Aber ich hab den Follow-Sounds nicht gehört Warte Die Waffe Wär gut, wenn sie 800er Feierrate hatte Hätte Oder nen Schaden von 44 Der muss, der muss nen richtigen Bahner Ja, weil du hätt den halt gar nicht Weil die anderen halt gefühlt 20 mal lauter sind Ja Die sind aber offensichtlich richtig am Schreien Ja Sag mal, wenn die Runde weiter geht Geh weiter Ich hab immer noch nicht den Geräusch gehört Geh auch nicht weiter Ich hab immer noch nicht den Geräusch gehört Von PK Vorher schreit den Trug Geht nicht weiter Kannst weiter machen Ich würd das gerne als Follow-Sound hören Okay, jetzt gehts weiter Ich auch Okay, geht auch nicht weiter Na, was ist denn nun? Hast du jetzt gehört? Junge Er will ja wissen, wann es weitergeht Er will ja wissen, wann es weitergeht Naja Imagine auf einmal explodiert sein Kopf Weil auf einmal Betrug reingeschrieben wird Nee, Betrug hab ich noch nicht drunter Das muss ich noch ausschneiden Das mach ich aber auch bald My donation goal Wo hab ich das drunter gepfuckt? Hier? So Jetzt wünsch ich auch mal das Betrug Ja, Digga Ich guck mal jetzt auf sein Screen mal ehrlich Mal By the way, wir haben eine Runde gefunden So, wo ist Niklas? Da ist Niklas Was ist das denn gelistet? Jungs, bin ich alleine im Match oder was? Manchmal viel im Park weg Sag mal, wenn du ohne los geht Und komplett los geht Ah, jetzt Ja, also komplett komplett los geht Achso Herzen Clubhouse Tippe Stream Wiped Emblem Blablabla Boah, da hätte ich jetzt mehr gefügen müssen Na, He-Bana-Unana War das nicht Havanna-Unana? Nee, He-Bana-Unana Okay Ah, hier ist der Sag dann, wenn du die abfüllen willst Weil dann muss ich nochmal kurz in den Stream rein Weil ich sonst euch doppelt höre und das ist nicht geil Alter So, ich hab den jetzt mal auf 100 gestellt So, voll gut gestellt Das ist mein armes Ohr Das ist mein armes Ohr Okay, jetzt lernen, dass er auch kontrolliert wird So, ich könnte jetzt machen, wenn man schluss So, ich könnte jetzt machen, wenn man schluss Oh, voll Ja, He-He-He-He-He-He-Bana Ist auch so leise Jetzt schon wurde gebannt Nee, ist echt viel zu leise in dem Stream Ja, vielleicht hast du den Stream bloß lauter gemacht Die Clashy vollziehen Ich bin 300 Lesen Ich spiel Cavera Nein, ich spiel Cavera Nee, dann, äh, Lesen-Vision Nee, Lesen, bitte, nee Das Echo-Ban Ah, okay Ich auch okay damit Nee, Lesen Nein, ich hab doch drauf gesagt Ich hab eigentlich Lesen gemacht Ich wollte Lesen spielen Ja, wir nicht Vielen Dank Ja, vielen Dank Ich hab nicht den Betrug gehört von Niklas Green Jetzt weißt du aber endlich, was ich bin Na, Ultimate, richtig Ja Und ich dachte, du wirst ein hohes Spaß Lass einfach mal in den Discord reingeschickt, den könnt ihr so hören Lass erst Cash, Stefan Das ist das von René Cash? Ah Guck bei Discord rein, hab einfach reingeschickt Von心 Ja, wo gehen wir jetzt zum Dschğimiz grenade Cash, Cash, Cash Cash Ich hab Cash, Cash, Cash gesagt und nicht – – Ich mach's ja eine auf DJ jetzt, aber das ist doch richtig schlecht Äh, Twitch live Hast du auch zugriff? Ach Ich sag' nur Wenn das Merkel-Syndrum hab und mein komplettem Körper Åh, okay, PK wird zum 1-Euro-DJ Ich tu keinen Zug auf jeden Channel irgendwann machen wir aber da aber dann musst du richtig schreien mit dem bedruck jetzt irgendwann um 20 uhr 30 schreibe ich nicht rum weil sonst krieg anschluss ich glaube mir das telefon wird jetzt schon noch oft genug klingeln der verlauf der zeit was du kannst du machen schon bei der fahrer sich beschwert jetzt müsstest du auf zugehöriger hat er beschweren dass sie ihn beschweren ja jetzt siehst du den ständen auch für schleif ja ich sehe den channel aber ich hab'n twitch ja hier oh scheiße wo ist hier wo ist hier da danke ich glaube die war ist aufgegangen was geht denn da auf ich hab'n einfach zwei dings weg genommen der größten umgasmus überhaupt so mit dem uua 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 schimmeln, du hast auf ne was ähh twitch mir in die arme gerannt kam und was eigentlich was eigentlich oh fuck fuck nein, du warst nicht rum schimmeln oh nein siehst du seine leih, seinen körper gerade die, die ash ist injured unten oh interrogation moiz, gib mir her, gib mir her wo ist hier drinnen unten an dem, an dem fenster also wenn du jetzt hier ergeraus äh, rennst, müsste die irgendwo links liegen Irgendwo links neben dem Kasten. Oh mein Gott. Der eine ist schon drin bei Bombe B. Also der eine war schon bei Bombe B. Ja, genau. Boah. Aber er hat doch keinen Bock. Der ist ja gerade auf 100 gejumpt. Nee, er war Catwalk. Die ganze Zeit. Erste Frage, woher wusste er, dass ich dastehe? Zweite Frage, warum kamen die Sounds von InRoom? Ich dachte auch eigentlich, er war InRoom. Ja. So. Wo ist der? Wo ist der? Alles runter. Ja. Jungs, wo ist Vick? Ah, jetzt ist es besser. Jetzt habe ich ihn viel, viel lauter gemacht. Warte, wo ist unser andere Mate? Das ist dein neues. Das müsste jetzt das neue sein. Das ist lauter. Er kann gerade nicht. Ich weiß. Ich bin der Nacht verreckig auch immer. Ich hör's dir jetzt. Jetzt nicht. Ah, scheiße. Ich hab... Ah, Gott. Das lässt sich nicht mehr. Macht jemand der Hatches wieder? Jungs. Sag mal, äh... Okay, wo ist... Äh, wie kann... Wurzum Fick ist dein gut... Wurzum Fick ist dein in guter Position für ein böses Auge? Mal ehrlich. Zehn Sekunden noch. Junge, ich fett... Alter. Jetzt habe ich auch wiederum gerade zahlen. Komm, ich mach mal einfach da. Oh, wir sind schon blue. Deine Hans? Ja, wir sind blue. Ah, ja. Ist es, ist es, ist es. Ja, hier ist auch... Du, Blue! Du... Blue's... Kleine Miss-Groht. Kleine Miss-Groht. Hier ist eine kleine Miss-Groht hier. Einer da und... Einer... Da. Eine Ashe und eine Twitch... Äh, eine Ashe und eine... Fuckvies... Äh... Sophia. Sophia ist gerade getroppt. ja so viel ist hier und ping und ping und ping und ping kommt rein ich wurde noch gewollt wie wir wir noch wusste wo ich bin ich habe gerade ich habe gerade erst gesehen dass niklas noch so direkt in die schussroute doch da bin gefangen war genau wo ich war hier noch so lucky noch mich getroffen hat so jetzt ist der nächste schreibe ist ein lauter ich dachte ich habe ein bisschen die von pika schneide ich noch aus aber ich nicht weil was machen soll die gegner haben erfolgreich eine bombe entschärft ich habe eine späre oder ich weiß nicht ich denke ich habe nicht oder reconnect du kannst aber auch reconnecten ui ich kann noch reconnecten so ich habe erstmal rennes schreib ist ein lauter gemacht für dich mal müssen muss das neu sein mal schauen ob ich das jetzt hören kann ich will nur ein schreien das rennes schreien als er von michael meyers erwischt wurde auf roten wald okay ich muss das lang erst mal noch zu das stelle ich noch raus was ist wenn ich jetzt als klingelturm reintun ok ok noch da weiß jetzt nicht ach so sorry ich war da ja mein los ja ich nicht ganz mit der wand die so viel gehabt wo hatten die gehittet wo war die ich habe 80 der mensch von der kassiert aus ihm nichts die runde läuft ja noch so lange du in der aktiven runde nachfreund kriegst du nichts es gab mal einen bug da hat es als niederlage gezählt wenn du raus geflogen bist und reconnectet damals ich habe wegen internet bin ich raus geflogen bin nachgejoint und als ich nachgejoint bin alter hat das game erst mal ganz entspannt mir obwohl wir gewonnen haben wie noch 70 punkte gegeben in rank was sehr viel ist also wie viel kriegt man bei links bei normalen durchschnittlich weiß ich heißt einfach zwei drei runden für eine grössere strafe wenn du bitte wenn du pittest als wenn du verlierst und hab halt da noch bahnstrafen und alles bekommen als für 30 minuten und alles obwohl wir gewonnen haben und ich nachgedrückt bin nicht mehr so oder mich erschreckt nicht mehr behoben ja ich habe es gesehen kann ich habe ich sehe ja noch das symbol über den plan wenn du trotz sind in blu gejobbt in garage gejobbt er kommt über war blut blumen ist ich habe nicht gesehen scheiße wie viel wolltest du noch schlucken pack warum läuft die alle immer zu dritt kann mir das jemand erklären was seid ihr findet pop elo ja es kommt da in der bar die humpelte und her hier ist aufgegangen der ist immer noch offen die werden uns gleich ficken in blu ist mindestens ein zwei herr näher muss man reinkommen kommen weiter später wieder was er hat mich geholt er steht vor allem er geht jetzt noch ein ich bin mit der maus so schlecht als ich so lahmartig ich kann hier mein handy gar nicht mehr entsperren im bus ich kann hier mein handy gar nicht mehr entsperren im bus man macht auch noch fingerdruck mit rein gibt es beim elfer nicht oh ok ganz dumm warum auch immer die sich dann entfernt haben einfach ganz wütend so jetzt nehme ich nochmal termite ok oh 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 yay die füße spiel yay gut pk kriegt er jetzt random ne krieg ich nicht ach komm ah nein danke für das du willst obwohl ich das erstmal nochmal droppen wollte tja hättest du es bloß mal nicht gemacht hättest du es bloß mal nicht gemacht hättest du auch nichts wenn nix kommt nix für mich hört sich das an so als wenn sie so open bei CCTV Raum die sind da bei CCTV Raum die sind da bei CCTV Raum alter Vito äh feierst du Brahala nein wegen mich nicht ja ich auch nicht so ein paar Freunde von mir haben das alter Vito ah ok Kuckuckskan wurde gebannt ok wilder Name alles klar also gegen das Game selber sage ich ja eigentlich nichts aber Michi wollte ja unbedingt von 1v1 machen und wollte mich dann unbedingt ja ich zock nie wieder mit Michi ich hab mal eine Zeit lang mit ihm trainiert das hat sogar Motivation gemacht aber irgendwann war ich so fertig das was er gemacht hat aber ist kein Training gewesen das war eine Abschlachtung bei mir schon aber wenn es dann eher so ich kann von so Garageloch oh mein Gott ich wollte das Game üben alter der hat mich ja auseinander die ganze Zeit genommen und hat mir noch ein Loch Loch da und Barager oh oh Dinger Alter wir sind dabei PK ja drei Leute einen habe ich sogar gekillt Achtung noch einer ja die Throws habe ich zu spät gesehen die ist ein Dings Atom Nice Oh Acht Digger noch einer Construction Wer hätte ich die Füße da liegen lassen ich hätte keinen Dings für diesmal denn es hat ich hatte es ja ich weiß hast du auch noch das Loch da nimmt dir kann niemand sein entschärfer wurde da unten da unten über ne Garage Achtung Construction ist bestimmt einer ich weiß wenn ich das nochmal Niklas das gebe so bin dir viel so nein 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 da ist keiner doch ich brauche auch keinen Diffuser Schluss die sind Cash Cash und CC Achtung da ist eine Rotation zwischen Konstruktion ich hab dich gesehen ich hab keinen Timer ich hab keinen Timer ich hab keinen Timer hat man noch gesehen der hat nur zweifach wir hier drauf der hat nur zweifach wir hier drauf der hat ja auch ein Brook und kein Dock ja der hat ja auch ein Brook und kein Dock da ist Konstruktion da ist Konstruktion ach Digga links rechts links rechts aber nicht in der Mitte am meisten auf die Säune immer so ja deswegen links rechts links rechts ach Digga okay dann höre ich mal so die PK Sound Sound Effects an das ist nur Rene Sound Effects BK habe ich noch nicht BK muss ich noch rausschneiden ich bekomme ein Snap von einer die ihre ganzen Bankdaten gesnappt hat what the fuck jetzt legit ihre ganzen Bankdaten einfach gesnappt das ist gut für dich und so weiter what the fuck okay cool ich kenne sie nicht mal ist das coole Sachen bro wir haben ich habe ja wirklich in diesem Match 300 Punkte gemacht okay das das dritte ist viel viel lauter okay ich bin ja auch nicht mehr bei euch drin komischerweise ja jetzt kann ich nicht einladen dich nicht da bin ich eigentlich noch drin ich bin eigentlich noch drin ich habe nicht ganz verstanden ob das jetzt mit dem Kinomodus funktioniert warte ich muss mal das selber nachschauen was denn? Jungs? ich weiß nicht ob es in Rainbows eine Art Kinomodus gibt wo man halt wirklich frei mit der Kamera sein kann Problem ist ich habe das kein Problem BK ist wieder da? ja ja aber warte mal ich auch kurz selber an aber so richtige Kinomodus äh okay komm drauf an willst du was aufnehmen dann nimmst du eine Fuse Ladung in die Hand wie gesagt und nimmst dann drauf ja äh das habe ich zu viel dann drauf ja das war das und das kann mit dem perspektive gegner oder so ansehen also schaust mir gerade selber an ah ja ich kann ja wirklich frei sein okay das meinten dass der ganze overlay weg ist ja kannst du sogar aber da musst du kurz schauen in den einstellungen wo das ist ganz komplett weg jetzt jetzt auch nicht aber das wir sind ja zu fünftiger aber er hat ihn nicht hat das spiel doch habe ich jetzt meine nicht ich möchte den anderen ich kann mich daran auch nicht erinnern bei mir schon ich glaube ich glaube es ist wegen so dieser tricks update die haben resident evil chapter bekommen was aber die haben nur so ein so charm da rein gemacht das war's warte ich glaube ein körper kommt noch von resident evil oder wirklich ja also gesagt hoffentlich kommt noch ein update wo ein killer von resident evil rauskommt und zwei survivor wir sind in evil village ich will nicht der x sein bitte ah ne fuck das ist ja der achte er wird sich die große sein diese große tussi da ja die wie heißt sie nochmal ich weiß nicht mehr wie sie heißt die die mit die nicht dem neuen teil halt vorkommt geil resident evil ich weiß was du meinst resident evil village die so meme war wo viele leute im bau noch von der bekommen haben ja wo die alle so richtig ran zimpen spaß weil die drei meter einfach groß ist ich nehme da aus einfach wieder wie ein zwerg also jetzt mal no joke ein zwerg was machen wir jetzt zu fünft oder zu viert ja jetzt können wir zu viert spielen zu dem frage ich ja också kraft auf die ichgenceiren ich kraft Schluck auf. Ne. Kein Schluck auf. Nein, sieht man doch, dass du wieder... Mich lügt das nicht. Schnellschock hat sich auch gelöscht. Junge, warum hat sich bei mir alles gelöscht an Games? Auch wenn es 107 Mbit sind. Ja, auch 107 ist auch viel. Ein Scheißrack ist das aber. War ein Spaß. Warum hat sich bei mir auch fast alles gelöscht? Nur Freunde, ja. Vier teammates oder drei, ist mir egal. Wollen wir Fußball spielen? Ey, lass Fußball spielen. Ich fühl's. Dich kann ich einladen, dich kann ich einladen. Dann ist es nicht da. Ich bin heute raus, leider. Okay. Okay. Komm. Ja, la, Fußball. Eine Waffe natürlich, macht mir Spaß. Wenn du es bis offline. Ich komme noch. Ja, warte mal. Ah, okay. Warte, ich muss. Stress ihn nicht. So, und... Nein, nicht abwesend. Aber abwesend kann eigentlich auch gehen, aber... So. Zack. Bin drin. Kann man eigentlich Shellchok spielen und ein Eis essen? Kleine Entscheidung, ja, kann man eigentlich ein bisschen. Okay, warte, dann hol ich eins. Ah, das Ding ist, du musst nur so mit, äh... So mit, so Pfeiltasten oder so via ASD zu spielen, damit. Da geht das schon schon online. Ah, okay, Renny hat mich schon eingeladen. Bitte. Danke. Wenn da ein random kommt, alle auf dem random. Äh, random ist immer aus, du musst nur Freunde eingestellt. Okay, okay. Aber wenn da eine kommen würde, dann alle auf dem random. Niklas. Niklas. Ich glaube, ob wir da machen wollen, wir, ne? Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Bist du noch live an die, oder hast du schon aufgehört wieder? Ja, nö, ich bin live noch. Ah, okay. Was? Kann man hier so einen Zwangsstopp machen? Was ist Zwangsstopp? So einen Zwangsstopp, auch wenn PK jetzt nicht da ist. Nee, wenn der ein paar Sekunden nicht online ist, wird der jemand rausgekriegt vom Spiel automatisch. Hallo, das wäre die Nummer im Internet, ne? Cool. Piss, bitte, ich fass. Das macht PK schon wieder. Wahrscheinlich kacken gehen. Wie immer. Wie immer. Ach, nee, warum nehmen wir dann diese Formel 1 Sachen auf noch? Ah, ich würde sagen, Wochenende würde es sich gut lohnen. Okay. Also morgen schon. Weil Samstag bin ich nicht da, ab abends. Okay. Da läuft nämlich Fußball, das muss ich gucken, DFB-Vokal. Ich verstehe. Dann würde ich sagen, einfach, ähm, morgen? Er ist ein Erfolgsfan. Du bist ja doch. Nein, ich bin Dorfwund-Fan, ich bin kein Erfolgsfan. Dann wäre ich Bayern-Fan. Dann bist du ein Loser-Fan, dann bist du auch ein Tschüss. Ach, nee, wir sind schön im Team, ganz zufälligerweise natürlich. Okay, PK, ich kann nichts machen. Nee, René? Wirst du nicht? Ganz zufälligerweise sind wir bei dem Team gekommen. Wir können ja morgen, äh, Formel 1 aufnehmen. Ja. Das heißt, äh, das heißt, ich muss morgen bloß Lobby anstellen und, äh, mit Australien müssen wir beginnen. Ja. Wir können gerade auch nicht viel machen. Nee, ich hab ein paar. Doch, du kannst schon, ah, nice. Hä? Warum schießen wir nicht alle gleich? Falsche, ne? Ja, aber die haben uns wie in den Singen gekriegt. Ach so, warte mal, das war ja immer so. Machst du, dann mach ich. Ich hab Kack-T-Nagel. Ich kann's dafür nutzen, auch. Ja, okay, ich kann's bloß probieren. Komm, mach Eigentor, jalla. Wenn's dein Eigentor, wird dann bist du dran schuld. Ich sag dir, Niklas, er ist gut in den Eigentor. Ach, sei ruhig, einfach. Na, geht schon mal in die falsche Richtung. Kommt wieder runter. Nein, falsche Richtung, falsche Richtung, streng, falsche Richtung. Da kommt Knoll runter. Oh, wir fangen an. Oh Gott, Alter, warum muss ich diese Kack-Waffe nicht haben? What the fuck? Ich auch noch. Hat Dennis Wollk-Wall-Ausdorchers gelegt? Nein, fuck. Oh nein, 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 nein. Oh, Betrug. Das ist ne Betrug. Das ist skill. Hallo, kapiert meine Sprüche nicht? René, soll ich machen, ich hab ne gute Waffe dafür. Ich hab Henschenschleuder. Okay, dann sagst du das von mir. Da komm ich mal um auf seine Seite. Sehr schön gemacht. Oh Gott. Doch nicht schön gemacht. Ekelhaft. Finde ich gut. Der Ball ist auf jeden Fall schon mal auf der richtigen Seite. Alter, guck mal, ob sie den Bunker bei uns haben. Äh, Bunker? Oh Gott. Ich hab Pinyata, VK. Ich hab Pinyata. Ich hab' den Pinyata einfach so dehnen. Ja. Ich hoffe, ich helfe. Herr René, soll ich mal bald helfen bei diesem Tippis zu ihm einzurichten? Oh, schau dir mal an, Profi. Schau mal, wie vorhin dein Pinyata? Oh Gott. Ich erfasse ein toller Gemeinde auch machen. Ja, ich kann dir aber helfen, wenn... Du weißt, was ich eigentlich muss, dafür. Sag' ich hab' mich schluss. Äh, jetzt musst du machen, ich hab' das Sub-Sniper. Ja, ich hab' einen Bagger, ich versuche es. Sub-Sniper. Ja, Sub-Sniper. Nee, Sub-Sniper. Ja, ihr taubiert einfach. Oder gar nichts. So. Ah, das steht auch gut für uns. Auch schon wieder... Äh, ich kann nichts machen, ich hab' mal Heli. Betrug. Äh, Bombenladung, Alter. Schon wieder diese eine so Waffe, was ich nicht ins Team sagen soll. Ach, schon wieder ich hab' einen, wie für Flix zu dir. Und ne, Klasse, du... Und ne, Klasse, du... Und ne, Klasse, du... Und ne, Klasse, du... Du weißt schon, welche Waffe ich meine oder? Durch-Weltwirtschaft, du hast... Der Ender, oder was? Was ist das... Was ist das für eine Waffe? Äh, ja, ja, ja. Du Idiot! Ja! Ach, halt da halt'n Maul. Ich hab' einen Dreimalhüpfer. Nice. Easy-Tor. Easy-Tor. Oh. Oh. Nur hier hinten runter. Ich seh' das Easy-Tor. Für schön, dass ich das Tor bekomme. Egal, auch wenn du's Tor bekommen hast. Ich hab' das schon in Bayern. So kann sich Piqué wenigstens die Beschwerden, dass ich Alktore schießen. Ja, das hat egal. Egal, wer bei mir meldet, das schießt Eigen-Tor. Ja, ich... Ja, ich... 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 Ich kenn' das, das hab' ich auch nicht. Ja, aber Piqué jetzt gerade hoch... Du machst'n wieder runter. Du Idiot. Und machst so einen Move. Oh, wow. Die Waffe ist echt kacke, ich zabe. Na, guck mal, ob ich mich treffe jetzt. Was war dir jetzt dein Plan eigentlich, Dennis? Oh, Unkar-Maffen. Ja, aber du hast fast... Oh, scheiße. Boomerang ist geil. Es gleicht sich alle klar. Ja. Ich hab' wieder Wasserballon. Betrug. Dann machst du einfach den Rest... Den Rest des Dings einfach du selbst. Ich mach' gar nichts. Ja, okay. Jetzt beschwert euch jemand ne. Können keine Eigenfahrt passiert. Na, scheiße, Leute, ja. Siehst du? 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 Oh. Zu weit. Piqué, siehst du? Siehst du? Ja, ich hab's gesehen. Aber schauen wir sie gleich uns aus. Oder auch nicht. Nee. Schön in den Bunker. Ich hab' einen Sippler-Sippler. Ja, egal. Ich hab' Bananensplits. Okay. Ja, mit Bananen kannst du dich hoffentlich auch... Bananensplits. Fuck. Ja, nicht auf mich gehen. Ach, scheiß drauf. Ich hab' einen Sippel gekriegt dafür. Ich hab' sechs bekommen. Mach' das mal in der Nähe. Ich hab' gerne. Gerne mein Kommandor. Oh mein Gott. Nein. Nicht das Egentuch. Wer hat mich gerade weggeschossen? Keiner. Der Pieke. Ähm. Wie sagst du? Wie sagst du? BK hat BK weggeschossen, okay? Weißt du? Ja. Alter, war es soweit? Ja, das hat... Oh mein... Dein Scheiß-Graben! Du Dreckiger! Der wär' reingegangen. Der war nicht mal reingegangen, Alter. Das war immer noch so hoch. Nee, machen wir weiter. Du schaffst das schon. Jetzt geht's los. Nice. Davon mal abgesehen, hast du's für uns so gut wie... Ja! ...und vorzuschicken. Okay, ich hab' Blumen, ja. Ihr habt doch irgendwie kacke mit diesem... ...fetten Hügel in der Mitte. Versteht. Okay, du machst einfach das... ...und ich mach' einfach ihren Tor ein bisschen tiefer. Nein, nicht nur Toren fassen. Doch, Toren fassen, Digga. Hat er viel gefallen. Wie schon gesagt, Tor tiefer machen. Oh, René, es wird jetzt wieder richtig lustig mit dem Waffen. Ich hab' Lust, Töte ist der Fall. Herr Fieger, ich hab's gesagt, ich mach' den Tor tiefer. Ja! Ja! Was? Es ist gerade zwei Tore in der Runde gefallen. Einen Eigentor und ein Tor für uns. Ja, hab's schon noch gesehen. Ach, Gott! Und warum haben mir kein einziges Tor zugeschrieben? Ich meine, das eine Tor mit dem Fische hab' ich gemacht. In Zusammenarbeit mit... Wow! Ja! Mach' mal, René! Eine Welle will ich jetzt nicht so drauf gehen. Wir müssen unser Verteidiger lenken. Okay, wow. Siehst du, was ich meine, wie useless für mich ist? Ach, die Kusche so drüben. Bist du besser. Wie ein Arsch auch so behandelt? Opsi. 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 Ja, da geht doch in die falsche Richtung. Richtige Richtung. Versuch's. Ich treffe hoffentlich. Oh mein Gott, die Lappen. Ha! Nice team. Oh, warum muss es so eine Scheiß-Waffe sein? Bumerang. Ich will es jetzt nicht riskieren. Falsche Richtung. Falsche Richtung. Falsche Richtung. Falsche Richtung. Falsche Richtung. Betrug. Wohler. Ho, Schraubflinte. So. Gack damit. Betrug. Nee. Auch nicht. Scheiße. Komm, die KM pcnr mal. Eindrater. Ich mach das, keineاصle. Ich glaub ich kann's nicht mach. Da kann es fast nicht raus machen, weil er wird vor dass es Kpro comes freshes machen gingen. in daraus holen ich hätte auch schwer denn es wobei ich probiere was ja ich hab gerade einen plan wenn es gut läuft preizt gegen meine wand ab und fliegt zu dem entscheidung fliegt ins ja jetzt habe ich etwas machen können denn es wird genau wie ich machen können bei denen jetzt genau wie ich machen können da kriegt es nicht aus der kohle er hat noch mal gesagt so fühlt sich ganz gut so mit ich hab 5 balls ich hab schatten ich hab schatten 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 schade nicht die richtung schatten 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 doch ich habe anlaufen wenn die luft zu ziehen leck mich doch schon mal das im ball rüber fördert also ich werde jetzt nicht selbst ein eigentum machen dafür würde ich hier mal die schuld auf den ball da raus kriegen was ist so einfach ja ich nehme die doppel palme was machen denn es ist ein urlaub so machen ein tor ok sagt mir welchen urlaub ja in die palmen dubai ich kann gar nichts machen wegen ich hab sie war zuerst machen wir haben die käme auf die gute sachen ach schade hat morgen jetzt hat man ja finde ich auch nicht gut an ein größerer als du jemals sein Null! Ja... Nein... Alter, warum krieg ich schon wieder diese Kack-Waffe? Welche? Du weißt schon welche. Das... Das, was ich nicht in deinem Stream sagen soll. Ja, ich hab die Waffe, die mit N anfängt und mit... Armini fängt die mit N an und dann so endet es mit N... Mit R. Und endet mit I. Also es fängt mit M an und dann mit I. Meine fängt mit D an und dann mit GER auf. Aber schieß mal vorsichtshalber mit hin. So, weg damit. Erst mal den Bunker größer machen. Kannst du eigentlich die Wände zur Runde runterfahren? Kommt doch an, wie du gespielt hast. Alter, was ist das für eine Kack-Waffe? Ja, voll. Okay, dann müsstest du es... Nach unten fährt ich nicht nach oben schon. Was ist das für eine Kack-Waffe, was ich da wieder habe? Und nach unten? Das könnte schwer werden, aber oben ist so gegen eigentlich. Ich hab ne Dornen, Alter. Ich will jetzt das auch nicht wieder riskieren. Diese Dornen sind so scheiße. Nur weil schon, das ist Runde vor 18. Und wir müssen noch zwei Torte machen. Gleich sind zu reden. Aber Dornen sind jetzt auch wieder so wichtig. Oh, ne. Es wird lustig, wenn ich jetzt mache. Okay. Wenn ich treffe, wird es echt wieder lustig. Na, schade nicht getroffen. Na, so geht auch. Ist sehr lustig geworden. Muss ich ja lassen. Oh Gott, Alter. Warum muss das so eine Scheiße sein? Ich hab Spalz, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich das wirklich... Ah. Na klar. Ah. Komm. You're a fucking idiot. Ah, gut zusammen. Du wirst es doch auch nicht so ganz gut treffen. Okay. So, letzte Runde würde ich sagen. Heilallah. Seither schafft ihr noch. Geil. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt wirken wird. Was? Einfach machen. Wir müssen irgendwie auf Tor gehen. Ich hab auf Tor gehen, würde ich mal sagen. Das ist kein Eigentore Fisch. Das du das vielleicht auf mich geschossen hast. Oh, Pinata. Zum Schluss. Kaktusargo zum Schluss. Komm, mach mal zwei Eigentore. Nr. 1 tritt sogar ein, oder? Nein. Kupfer. Ja. GG. Dumb, dum, dum, dum. Den müsste schon gar zwei Eigentore gemacht. Der warum? Der Wike war so der mieseste Hure der Zohn überhaupt hier. Er gibt einfach jeden Leuten die Schuld hier. Er hat keine andere Hobbys hier. Außer Eigentore zu machen. Der Wike hat keine andere Hobbys außer Eigentore zu machen. Ach komm, verpiss dich, Junge. Dann hätte ich doch so ein bisschen gesagt mit deinem Land hier. Ne, sie hat wohl nicht. Ne, sie hat wohl nicht gemerkt. Ich bin in Deutschland. Und du? Hey, das sind doch die Random Teams hier. Hm? Sind doch die Random Teams? Ja. Oh, das sind die besten Random Teams aller Zeiten. Jetzt kommt das klar erstmal das Eigentore. Nein! Super Eigentore. Richtig Richtung. Falsche Richtung. Falsche Richtung. Unterrichtung. Äh, René, kümmere du dich mal rum. Ich mach mal hinten mal was. Ah, ich mach schon. Ja, Team Play. Nein, falsche Richtung. Richtig. Das ist die richtige Richtung. Guck mal, jetzt stell dir dann noch mit. Okay, boah, ich hab... Die Yalayala Station hier. Kannst du den Berg kaputt machen? Mein Gott. Ich hab Granaten, was willst du? Ja, ein bisschen weiter vorschießen. Die Granaten sind... Bauen sie mal rum hier, du Feuer... Honk. Ja, das ist ne gerade Ebene. Ja, Digga. Granaten. Versuch du nur eine Granate mit nem Hü... Oh, Alter. Ich hab dir wahrscheinlich mehr Zeit bekommen. Nice. Boah, Alter. Ja, geil. Sniper. Was soll ich damit tun, hier? Ruhig seid. Ja, das kriegt ihr Nerv schon auch. Kann ich von meinem Mail auch behaupten. Boah, Alter. Habt ihr das langsam eigentlich? Nein. Oh mein Gott. Dadurch, dass ich es tolle in der Höhe geschossen hab, wär fast nein verlaufen. Scheiße. Wir haben das Eindruck gemacht. Okay, jetzt kann ich den Berg kaputt machen. Ja, mach. Kann ich auch, warte. Dennis, wir müssen den Berg von den Gegnern auch kaputt machen, ne? Natürlich. Dieses Mini-Ding ist nicht mal eine Rede wert. Wow. Es ist ein Bunker bauen, das ist echt geil. Dann können wir euch nochmal. Sag mal, warum hast du den Ball jetzt weggeschossen? Hast du einen schönen Bunker hinbaut? Doppelspalter, was willst du? Was willst du mit dieser Scheiße machen? Ich kann einfach den Berg kaputt machen, aber es ist da für ein Balsch, dass es wieder zurückbauen ist. Wenn du dich mit Spalten nicht auskänseln, lass es gut sein. So, hab ich mir wieder ausgeglichener. Guck mal zu uns im Bunker. Ich möchte ja keinen Spalten aus. Göre, ich hoffe mal, dass du das niemals gewonnen hast. Jetzt schießt doch ab! Drückt ab. Ja, mach doch, du Dragon. Ganz gut. Oh. Du musst nur leiden, ich kann einfach nichts machen. Was neu ist? Nein. Nein. Ja. Ja. Ja, der leckt mich noch auf den Arsch. Schiebung. Das ist Schiebung, Alter. Alter, jetzt wird's ein bisschen krass dann wegen Sonnensalve. Du bist froh, das Neues hat gut gebracht. Der Flumi auch. Der Flumi war einfach bloß der Kester, der dort gelandet ist. Oh, oh nein. Was ich eigentlich habe, ist Sonnensalve. Okay, wir müssen das so auf der Höhe lassen bei uns. Ja. Ich hab das Zipper. Ich versuch meine Waffe, aber die ist kacke dafür eigentlich. Was geht? Scheiße. Ah, jetzt ist er hoch genug. Bitte gib mir jetzt ein, Gott, Feuerwerk. 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 Oh, oh. Ey, ein Feuerwerk wird fast gar nichts so richtig gut machen. Du kannst den Berg damit kaputt machen. Ja, aber dann wird es überall rumsprayen. Ja, scheiß doch drauf. Ja, aber wenn du sagst, du Idiot, Alter, ich geb dir da für die Schuld. Ja, das ist dann meine Schuld. Alter, warum? Also du hast weder den Berg kaputt gemacht, noch hast du den Ball irgendwie vorangebracht. Alter, Junge, halt deinen Maul, Alter. Wo du bist einfach sonst gut. Ich kümmere mich schon mal um den Berg bei denen da drüben. Schau mal, so geht das. Schau dir René jetzt an. Wenn du das vergackst, dann werden wir verlassen. Schau dir an. So ungefähr geht das. Das musst du jetzt auch hinbekommen. Aber weißt du was, du lass mich machen, den Profi-Cupi. So, was ist denn? Ja, Profi-Cupi, drei Mal ein Eigentum machen. Bist du schon in drei Eigentum machen? Boah. So geht das. Ja, ich habe auch so mit meinem Pixel auch geholfen. Ja, wow, dein Pixel bringt gar nichts. Das war mein... So, den Ball kümmern. Warte kurz. Oder kannst du unser Tor wieder nach oben holen? Ja. Warte, wie schreibt man noch mal? Sagen wir dir nicht. Was wurde das jetzt so? Kein Plan, nur habe ich mit dem Schreiben geschäftigt. Also von Salz sehe ich relativ wenig. Haane. Hm. Das Problem ist, das Tor treffen wir uns ja trotzdem nicht. Oh. Doch, ich habe was getroffen. Schade an, wo denn ist das? So, das Tor habe ich nochmal ein Stück runtergeholt. Oh, der fliegt um. Egal. Ich habe das Tor von den Gegnern ein bisschen runtergeholt. Nice. Oh Gott, das wird scheiße sein. Ich habe einen Zub-Snipper. Doch nicht? Zub-Snipper. Zub-Snipper. Ja. Lol. Was zum Teufel? Erklär mir das. Wie konntest du Kaktus wegen verfehlen? Soll ich lieber liegen lassen? Weil ich kann sie vielleicht noch ein paar Sachen machen. Ich kümmere dich um den, ich kümmere dich um den, ich kümmere dich um den, ich mache hier mal ein bisschen Tor. Oh, das können wir, das können wir, das können wir, ich kann, wir machen, ne? Ich habe, ich habe, ich habe, ich habe, okay, das war, ne, und zu tun. Perfekt, Bunker. Er hat es geschafft, ja, die Kaktus-Tinger zu verfehlen. Alter, der ist genauso ehrendum, die sind genauso scheiße, wie seine Perfekt, die Eltern, wenn ich dich kenne. Beleidigung. Aber wie kannst du Digger verkackten? Digger, Digger ist was anderes, als wie ein Gottverdammt Kaktus. Du Idiot, der wäre fast ins Zor gegangen. Schau dann, ich habe was geleistet, ich habe einen Bunker gegraben. Mhm, das ist genau so, wo ich das noch hingeschossen habe. Wir brauchen noch zwei Tore. Das ist nur mal herunter. Ich habe noch wieder erst mal den Ball aus dem Bunker, um die zwei Tore zu machen. Innerhalb acht Runden. Scheiße, geil. Mach mal was für unser Tor, wenn du kannst. Na, GpG? Keine Rekt. Ja, schade. Siehste? Alles einbrechen. Ach, komm, ich komme mich um den Ball. Mach du das Schoto-Tinten. Digga, wer braucht eigentlich einen Scheiß-Angeber, ey. Äh, mit dem kann ich auch nicht, man muss genau das Tor immer auch. Siehst du, und genau deshalb müssen wir auch machen. Kriegst du's denn? Nein. Weil ich zu Kalkoppen habe. Das Ding ist, die brauchen zu lange, um... Wer schaut sich gerade der Rainbow-Clip an? Digga, das ist noch nicht mal Rainbow, das ist Shellshock, hier, du voll Spaß. Digga, wer schaut sich gerade Rainbow-Clips an? Hast du schon richtig gehört? Irgendwer schaut sich gerade von uns Rainbow-Clips an. Nein, mein Bruder schmiert Rainbow da rund. Sehr gut. Ich kümmere mich um das Tor im Hintergrund. Okay, ich versuche. Deniz, hast du... Machst du Ball? Ja, ich versuche. Digga, ich will jetzt schon viel Kalkoppen. Nee, ich versuche doch immer nicht. So, ich hab das Tor ein Stück runtergeholt wieder. Nice. Ja, ich hoffe, und so, wow. Ja, was ist denn los, sagens mal? Was ist ja schon da passiert? Warum sagt's so salzig? So geht's. Okay. Okay, mit dem kann ich hier nichts machen. Und schau mal, warum kriegst du schon wieder das Tor in den Arsch geschoben? Das war eindeutig mein Tor. Ich mach bei dir nichts. Ah, okay. Oh, ne, bitte. Wer braucht eigentlich einen Scheiß-Angeber als Team hier? Wer hat der eigentlich los? Ich bin ehrlich, ein Angeber braucht keiner. Die würden am meisten von den Menschen gehasst. Sehr schön. Die ist endlich schon wieder. Du, 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 du. Die ist für's Geal. Du musst eigentlich nur den Ball kommen. Ich hab nur deine Sub-Sniper nur. Ja, wenn ich den Ball treffen würde. Ah. So ein beschissen-Angeber braucht gar kein Mensch hier. Digga, wie salzig der ist. Ich bin das. Nee, Piechel ist einfach so dein größter Vollidiot hier. Ich hab mein Mate salzig gemacht. Schau's dir an. Schau dir schon nur Salz. Boah, der balligt doch gut. Ich versuch. Ja, aber Digga, Piechel ist einfach so. Hey Digga, was bist du? Was? Null. Was? Hä? Was soll das denn jetzt? Das ist einfach jemand hier deputiert. Ja. Ich kenne hier drei Leute, die Spaß haben und einen, der gerade richtig abgefuckt ist. Okay, ich will jetzt noch mal Piechel so... Ach, nee. Aber ist mir scheißegal. Uh. Kurz der Fix. Ah, da wo ich da liegen, weil danke. Mann, Alter. Okay. Bruder, was ist das? Weiterzählen. Okay, warte mal. Ich muss erst mal das machen, was ich so ganz genau machen will. So, wo ist das? Er kickt mich, oder? Ne, ich will so... Ja, okay. Das ist besser. Dann muss ich nicht mehr so den perfekten Glaber hören. Boah, hat das denn gestummt, oder was? Ja. Es werden keinen Leute gestummt, Dennis. Ja, okay, meine Fresse. Ich warte jetzt wieder in den Entstumm. Warte mal. Kuss, Alter. Niklas. Ja, wegen Salz soll man keinen Entstumm. Nee, Digga, ich hab kein... Ich hab kein Ding hier, wegen so dieses scheiß Gelabere, Alter. Du bist kein Shell-Schock, Alter, wenn es dich anpisst. Nee, du pissst mich immer die ganze Zeit an und immer so mit diesem Angeben-Bullshit hier. Ich brauch kein Angeber in meinem Team. Angeben? Geh ins Gegner-Team. Ja, guck mal, René, ist voll ruhig hier. Warum? Was ist das jetzt gegen mich? Digga, warte mal ab, bis er mein Team ist. Nee, René, das ist ein Kompliment. Warte mal ab, bis er mein Team ist, dann ist er nicht mehr so ruhig. Du bist komplett richtig ruhig hier, was ich immer mache. Ich bin auch mit dir komplett ruhig. Niklas ist auch ruhig. P.K. benimmt sich wieder das letzte Stück Scheiße. Fast wie dieser letzte Drogendealer hier, den ich hier auf dem Bund kenne. Der letzte Drogendealer. Also, wenn man zu dir was sagen muss, ruhig bist du gerade auch nicht. Du riechst gerade jede Sekunde. Ja, wegen so, ich brauch keinen Angeber. Wenn es mal so dieser Scheiß Angeber ist, dann bin ich überhaupt nicht mit ihm ruhig. Ist ja genauso fast, als würde ich jemandem im McDonalds schon mit ihm arbeiten. Das ist ja schon fast, als würde ich jemandem in einem Restaurant schon mit ihm arbeiten. Perfekt. Ja, Digga. Ich bin der Gastgeber 88. Ich kenne es mich nicht mehr scheißegal. Ich würde ihn einfach rauskicken. Wenn es so ein Gast ist, hier so der einfach schon mal... Trash talken, ist mir auch scheißegal. Gäme dann auch an die beiden. Oh, ich habe Haftbombe bekommen. Komm mal jetzt mal. GF hat irgendwas an den Teams auf. Guck mal. Hallo. Ich muss ja auch andere Leute das als ich machen. Das schicksal entscheidend wenig das als ich mache. Ne, guck mal hier. Niklas und ich waren die ganze Zeit in Team 1. Aha. Ja, einfach nur... Das ist doch random alles, was hier passiert. Wie geht's? Na ja, scheiß drauf. Er hat es verdient. So, macht weiter. Oh, warum ich nicht weiter... Ja. Oh, geküttet. Ne, ich muss jetzt duschen gehen. Ach, der. Wie viel Uhr haben wir jetzt? Äh, 21 Uhr, 21. Ja, sollte ich auch nochmal. Weiter. Ich muss mal einen Flügel aufstehen. Oh, okay. Am meisten habe ich keinen Bock auf einen Angeber hier. Ich muss mal einen Flügel aufstehen.